Servus Pestalozzi Schule und Servus Seeacker Schule. Willkommen zu unserem neuen Abenteuer. Ich bin der Marco Meierhöfer, bin Rechtsverteidiger bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth und ich werde euch begleiten bei der Stepkick Challenge und versuchen euch ein bisschen zu motivieren. Stepkick ist unsere gemeinsame Challenge, bei der wir die nächsten Wochen versuchen werden, zusammen mit dem Fitnessarmband möglichst viele Schritte zu sammeln. Und wieso? Weil gerade gesunde Ernährung und viel Bewegung für uns Leistungssportler, aber auch für euch Kids sehr wichtig ist. 1200 Kinder und acht Profivereine machen mit und wollen den Pokal nach Hause holen. Deshalb heißt es für uns, wie im Stadion, gemeinsam nur nach vorn und gemeinsam schaffen wir es auf Platz 1. Und dafür ist jeder von euch verantwortlich, jeder ist wichtig von euch in der Klasse, möglichst viele Schritte zu sammeln. Und die Armbänder, die helfen euch dabei, die sammeln eure Schritte und damit wisst ihr immer, wie viel Schritt ihr schon gelaufen seid. Und dann liegt es nur an euch. Umso mehr Schritte ihr sammelt, umso besser sind eure Chancen auf den Sieg. Auf step-kick.de findet ihr alle Videos zum Thema Ernährung und Gesundheit und ihr könnt euch mit den anderen Klassen vergleichen und sehen, wie viel Schritt ihr noch gehen müsst. Und ihr könnt sogar gegen mich antreten. Also mal sehen, wer mehr Schritte schafft. Und nach dem Projekt Step-kick könnt ihr sogar eure Fitness-Armbänder behalten. Also passt bitte gut drauf auf. Bleibt immer in Bewegung und zeigt mir, was ihr drauf habt. Und gemeinsam holen wir den Pokal. Habe ich eigentlich schon erwähnt, was ihr gewinnen könnt. Und zwar die Klasse, die die meisten Schritte sammelt. Wir laden euch dann ganz herzlich zu einem Heimspiel ein. Ihr könnt auch eine Begleitperson mitbringen und dann könnt ihr das Spiel anschauen. Natürlich werdet ihr vorm Spiel dann noch geehrt und erhaltet einen tollen Überraschungspreis. Und ich werde auch noch mit dabei sein. Es ist Zeit für mehr Bewegung. Also, nehmt ihr die Challenge an?